Jetzt kommt die Vorführung von innen. Mal sehen, ob Marcel alles richtig gemacht hat. So, nasse Wiese, dann machen wir mal ein Eilrad rein. Heute tausche ich bei einem Kumpel auf der Weide einen Wasserfass, da nehme ich euch mit. Und bei uns auf der Weide muss ich das Wasserfass umstellen, was ich dann noch vorhabe. Ich weiß allerdings nicht, ob ich damit heute fertig werde, aber wir werden es auf jeden Fall anfangen. Marcel kommt später auch noch. Habe ich mir. Das Ganze kann ich euch unten mal verlinken. Ich muss euch mal kurz zur Seite stellen, dazu muss ich mir kurz das ändern. Ich filme mir nämlich jetzt mit einem Gimbal und ich wollte mal testen, ob das nicht smoother ist für euch. Ich habe jetzt halt einen Gimbal, aber dafür kein Mikrofon. Dafür nehme ich das interne Mikro von der GoPro. Ich könnte natürlich auch noch separates Mikro anstecken und das dann per Handy aufnehmen. Muss ich nochmal überlegen, das ist jetzt erstmal der erste Test. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob euch das so besser gefällt vom Ton her und vom Bild her. Weil man halt einfach viel weniger wackelt mit so einem Gimbal. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich mir zugelegt habe für den MB-Truck. Eine doppelte Fahrkamera. Vorwärts- und Rückwärtsfahrkamera. Das Ganze soll die Sicht auf den Frontlader verbessern. Und auf die Dreipunkt-Hydraulik. Hier sieht man, das ist ein... Wie viel Zoll der Bildschirm hat, weiß ich gar nicht. Sind zwei solche Kameras dabei. Die müssen mit Kabel natürlich verklemmt werden. Also Strom brauchen die als Versorgung. Und dann brauchen die als Versorgung noch... Müssen wir mal gucken, wie das Ganze anzuklemmen ist. Einfach so eine Klinke dran. Und hier auch. Auf jeden Fall ist hier schon mal so ein Klebepid für den Halter. Genau, vorne aufs Armaturenbrett soll dann nämlich der Monitor hin. Und hier ist nochmal was an Kabel dabei. Da wollen wir mal reingucken. Kleine Fernbedienung dabei, wo man wahrscheinlich umschalten kann. Muss ich mal gucken, ob ich die nutze. Stromkabel plus minus ist hier nochmal über so einen Stecker gelöst. Strom braucht das Teil. Das Teil braucht Strom. Und das Teil, also quasi... Ja genau, drei Stromkabel. Das heißt, jede Kamera braucht Strom. Und verbinden tut sich das Ganze per Funk. Mit so einer Antenne. Die schauben wir jetzt schon mal dran. Auch beim Einbau berücksichtigen. Die wird einfach direkt hier dran geschraubt. Das ist wahrscheinlich für Schatten. Ach, okay, ja klar. Also genau, hier kommt die Kamera dann dran. Hier kommt die Antenne dann dran. Quasi so. Das Ganze hochklappen. Und dann wird die Kamera hier angebracht, wo man es halt haben möchte. Ich werde das jetzt so machen, weil ich halt noch nicht so tausendprozentig mir sicher bin, wo ich das Ganze hinsetzen werde. Werde ich das Ganze jetzt so machen, dass ich auf jeden Fall erstmal den Monitor vorne einbaue. Und dann die Kameras anschließen oder verbinde per Antenne. Muss man dann halt gucken, wo am besten die Kameras sitzen. Weil man muss hier gucken, wie die Streuung des Kamerawinkels ist und so weiter. Hier ist erstmal eine Antenne dran. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wo wir ungefähr diesen Monitor hinsetzen. Da nehme ich euch mit. Ah, das sieht schon. Also von der Verarbeitung her macht das Ganze echt einen super Eindruck. Muss man nur gucken, wie das nachher mit der Verbindung läuft und und und. Aber hier müssen wir jetzt auch erstmal Strom drauf kriegen. Das sollte keine große Aktion sein. Die dünnen Kälbchen, die dabei sind, da haben wir irgendwo auf jeden Fall Dauerplus liegen. Dauerplus Überzündung würde ich das halt anschließen, sodass die Zündung, also wenn ich die Zündung ausmache, das Teil auf jeden Fall aus ist. Nicht, dass nachher mir die Batterie die Mücke macht. Ich denke mal, man sollte das Ganze ja gut im Blick haben. Und ich muss irgendwo in die Nähe des Armaturenbrettes, weil ich ja die Kabel verlegen muss und von hier im Sicherungskasten irgendwo Strom nehmen muss. Ich würde das auf jeden Fall schon gerne über eine Sicherung laufen lassen. Nicht, dass mir da irgendwas durchraucht, sondern eher die Sicherung durchraucht. Da gucken wir aber mal, wo wir drauf gehen. Dazu muss auf jeden Fall das ganze Armaturenbrett mal wieder raus. Aber da habe ich ja schon ganz gut Übung drin. Ich hatte jetzt neulich mir eine andere Kamera zugelegt. Da habe ich gedacht, das ist einfach so mit Magnetfuß und die muss man mit dem Handy verbinden. Da habe ich gedacht, okay, hier habe ich eh einen Handyhalter. Aber das Verbinden, riesen Aktion. Also jedes Mal so eine Aktion dazu machen, Kamera ein- und ausschalten, da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann setze ich die lieber irgendwo auf Dauer hin. So möchte ich es ja auch haben und es geht halt einfach um die Übersicht. Ihr seht es ja jetzt hier, wenn man vorne unten irgendwas macht, eine Schaufel oder einen Ballenspieß wechseln muss, dann sieht man halt unten auf dem Boden nichts. Und deswegen soll irgendwo die Übersicht nach vorne besser werden. Mal gucken, wo ich das Ganze dran mache. Ob ich das direkt an die Schwinge dran mache oder dort vorne irgendwo fest dran mache. Das müssen wir halt mal gucken, wenn wir wissen, wie weit die Streuung der Kameras. Also hinten machen wir das so. Da seht ihr mal, wie das jetzt ist. Man hat halt nicht gar so einen guten Überblick, wenn die Dreipunktaufnahme ganz unten ist und man irgendwas aufnehmen muss oder irgendwo dran fahren will. Und da ich eh nach vorne eine Kamera brauche, da habe ich halt gleich eine mit zwei Kameras genommen und denke mir, wir machen nach hinten halt auch eine Übersichtskamera. Dann wird das Ankoppeln von Geräten wesentlich leichter. So, was haltet ihr? Das Klebebett können wir erstmal wegmachen. Was haltet ihr denn hier von? Muss ich mal kurz wegstellen. Ach, guck mal. Das gefällt mir gut. Also, hier den Monitor. Den würde ich halt hier drauf machen. Wir haben dann auch noch ein bisschen Luft zur Scheibe mit der Antenne. Und man hat einen super Blick. Das sieht doch gut aus. So bringen wir jetzt den Monitor an. Wenn ich da Strom drauf habe, melde ich mich wieder bei euch. Einen Schritt weiter. Monitor ist da. Monitor ist auch angeklemmt. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe das auf Zündungsplus gelegt. Wenn ich jetzt die Zündung anmache, piept das Ganze. Er sucht nach dem AV-Signal. No Signal, weil ich jetzt die Kameras noch nicht angeschaltet habe. Und ich glaube, hier kann man umschalten. Sehr simpel. Und wenn er so schnell das Signal aufbaut, dann bin ich zufrieden. So, ich habe das, wie gesagt, auf Zündungsplus gemacht. Die, vor allem wir einfach nochmal kontrollieren, die funktionieren alle. Da ist noch ein Knopf übrig. Rundumleuchte. Hier kommt die Rundumleuchte noch dran. Das Ganze baue ich nach. So, wie es original mal vom Werk angeboten worden ist, bin ich gerade noch am Besorgen von so ein bisschen Material. Und zwar kommt hier ein Rohr dran mit Rohrhaltern. Von hier unten eins, drei Rohrhalter. Das wird dann gleichzeitig eine Einstiegshilfe, eine Aufstiegshilfe. Da kann ich mich schön dran festhalten. Und oben kommt eine Rundumleuchte zum Reinstecken drauf. Da habe ich mir schon ein paar Rohrhalter besorgt, aber das mache ich dann irgendwann mal separat. Da fehlt mir nämlich noch ein bisschen Material. Jetzt gucken wir mal, dass wir die Stromversorgung für die Kameras hinkriegen. Hinten muss ich mal gucken, wo ich da abgehe. Das ist ein ziemlich weiterer Weg. Ja, muss ich mir nochmal überlegen, von wo ich da mit einem Kabel nach hinten gehe. Wir sehen uns, wenn die erste Kamera Strom hat. Kamera fertig angebaut. Hier vorne die Frontkamera. Da haben wir hier ein Blech gemacht, das da direkt dran geschraubt. Das wackelt jetzt ein bisschen. Das müssen wir nochmal beobachten, ob wir das noch verstärken müssen. Dann Kabel am Frontlader langgelegt und nach innen rein. Und jetzt kommt die Vorführung von innen. Mal sehen, ob Marcel alles richtig gemacht hat. Zack, Bild ist da. Und man kann hier schön die Geräteaufnahme sehen. Den Euro-Rahmen. Ein bisschen vielleicht noch den Kontrast einstellen. Und irgendwo kann ich noch die Linien wegprogrammieren. Da muss ich mir aber erst nochmal die Anleitung von dem Teil besorgen. Ja, jetzt ist es, denke ich, sehr gut. Mit dem Sitzauf von dem Monitor hat man super einen Blick. Mal sehen, wie sich das Ganze so beim nächsten Frontladeeinsatz auswirkt. Ob das dann einfacher wird. Ja, noch so ein paar andere Kleinigkeiten gemacht. Hier nochmal eine neue Gewindehülse reingezogen. Das heißt, der Griff hält jetzt auch richtig fest. Ja, dann den Strom wieder über Zündungsplus natürlich angeschlossen. Hatte ich schon erzählt. Das heißt, wenn ich jetzt ausmache, ist alles aus. Kann auch nichts passieren. Auch über eine extra Sicherung nochmal abgesichert. Ich denke, die nach vorne Kamera bringt auf jeden Fall eine Erleichterung. Hinten, die habe ich jetzt noch nicht angebaut. Das werden wir irgendwann die Tage nochmal angehen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen Wasserfässer vollfüllen. Da nehmen wir euch auch einfach noch mit. Bei uns auf der Weide das Wasserfass müssen wir noch umparken. Und bei einem Bekannten auf dem Feld müssen wir das Wasserfass noch auffüllen. Das übernehme ich immer, wenn er im Urlaub ist. Ja, da nehme ich euch nochmal mit. Dazu lassen wir auch das Gerätetreieck hinten dran. Weil der Bekannte hat ein Wasserfass mit einer Kugelkopfkupplung. Ich mache euch mal hier oben in die Ecke. Lasst einfach mal einen Kommentar da, ob euch das besser gefällt. Vorne an der Frontscheibe oder oben in der Ecke, wo ihr mich auch noch so ein bisschen seht. Sagt einfach mal, was euch gefällt. Dann kann ich das demnächst öfters mal machen. Sagt einfach mal, was euch das besser gefällt. Ja, jetzt sehen wir noch ab, raus ja, ich glaube. Da kann es ja auch schon. Ja, jetzt sehen wir noch mal, was euch das besser gefällt, was euch das besser gefällt, was euch das besser gefällt. Soviel vibriert das gerade jetzt, liebe. Ein bisschen. Minimal, aber... Jetzt ist gleich das Blech abgebrochen. Und links. Ein bisschen nach rechts. So, ja, 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 ja. Das kann sie aber abieren. Ja. Alle eigentlich die nicht zu sehen sind aber nicht immer. Dann könnte ich nochmal ablaufen. Ja, genau. Wir werden hier nochmal ein bisschen nach rechts. Ne, wir müssen aber... Wir müssen glaube ich nach links. Ja. Jetzt ist es ja. 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 Also das war auf jeden Fall mega, dass wir die Reifen umgezogen haben, der fährt wie der 1, ey. Also nicht umgezogen, umgesteckt, vorn in der 1. Das seht ihr übrigens erst im nächsten Video, glaube ich. Auch mal im Video seht ihr das. So, hier seht ihr, der Mai steht hoch, er neigt zum Klicken, aber noch lange liegt so der Atten, dauert noch ein bisschen. So. So, hier vorne rechts, wo die zwei Felschienen stehen, haben wir es schon drauf. Das heißt, du musst hier unten wieder das Tor aufmachen. Pack aber bitte nur an die Kosten, es ist Strom auf dem Zaun. Und die Fähne musst du halt davon abhalten, dass sie rauslaufen. Das wisst aber hin, oder? Hier ist das Tor, siehst du es? Und da bitte nur an die Plastikgriffe packen. Plastikgriffe, Entschuldigung. Der Wasseranhänger steht nämlich einmal quer über die Wiese ganz oben. Und ich glaube, quer abgelitzt ist es nicht mehr. Aber die Fähnchen sind eigentlich auch ganz lieb, die juckt das normalerweise nicht, dass es was wie immer nicht. Helfen schübel mal. Hilf dir mal, Selma. So, nasse Wiese, dann machen wir mal ein Eirad rein. Das geht hier an den Drehschalter. Erste Stufe ist Eirad, zweite Stufe ist Eirad mit Dippensperren. understand ist ein Sod撮mer. So, in der Zeit, was ich dann auch hier Allez-Verkennfahrer will versuchen. Oder in den auf. Jo, spring ab. Wir müssen den eh mit der Hand vorziehen ein Stück, weil ich schon bei den Frauen nicht runterkomme. Ist aber egal, wir fahren es jetzt trotzdem und machen es ganz voll. So, jetzt haben wir ihn auf heute. Träme ich. Kann aber auch sein, weil diese Stollen vielleicht nicht jetzt gehören sind, dass die dadurch mehr federn? Ja. Ja. Das ist ja wie Pro Fee quasi. Ja. 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 Das würde, glaube ich, so sein, als würdest du auf deinem Volkohol noch mit unserer Prima landen. Ach so, ja. 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 Ja, ja. 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 Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020